Ja, 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 ja. Hey, wer ist das? Aha, bring Banana Meal Shake! Bring Banana Meal Shake! Ist das so viel witziger, als wenn Banana Joe das macht? Kein Glück hast du mich überredet, diesem Clayton noch ne Chance zu geben. Dich überredet? Aber du hast mich überredet. Wer hat Clayton zum Weinen gebracht? Was habt ihr Fieslinge zu Clayton gesagt? Wow, das ist eine echt überzeugende Simeon. Aber du hast ein paar Sachen vergessen. Die echte Simeon hat viel mehr Nasenhaare. Und die Augen stehen mehr vor. Und ihre Haare sind super ekelhaft fettig. Oh, und Saban tut sie auch viel mehr. Und sie hat Hörner, denn sie ist böse. Oh, und sie hat immer eine fette Wurst im Mund. Sie sind nicht Clayton, oder? Ich möchte genau wissen, was hier los ist! Wir haben gelogen! Alles, was wir gesagt haben, war gelogen! Wir haben den Typen mit dem Schädel erfunden, weil Clayton randaliert hat. Also bestrafen Sie uns! Ja, bestrafen Sie uns! Denn wir sind dreckige, waschverweigernde Lügner! Ich sehe keinen Grund, euch zu bestrafen. Ihr habt die Wahrheit gesagt und das ist das Wichtigste. Die Sache ist erledigt. Und nun geht zurück in den Unterricht und vergesst nicht, euch mit Clayton zu vertragen. Ja? Ich brauche ein paar Unterschriften von dir! Ich, äh... Razer hat heute seinen ersten Tag nach der Suspendierung! Razer? Der Junge, den wir suspendiert hatten, weil er die Umkleide zerkloppt hat! Den geht es? Ähm... Ich meine, was? Er hat ne Band! Soldaten des Schmerzes! Sie sind ziemlich hardcore! Ich, äh... Muss weg! Wie wär's mit deinem Kuss? Bevor du gehst? Ich, äh... Muss los! Ich nehme das Fenster! Jungs! 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 Der Schädeltyp! Es gibt ihn! Er ist real! Ja, sicher! Der Schädeltyp, den ich erfunden habe, existiert wirklich! Oh, sag bitte nichts! Der Kerl ist zwei Meter groß, ganz Körper tätowiert und kommt gleich um diese Ecke! Bogen! Wofür ist es jetzt Zeit? Zeit, die Unterhose zu wechseln? Nein! Es ist Zeit für ne Arschverkloppung! Ah! Ihr seid die Nächsten! Ah, Clayton, hast du einen Plan D? Ja! Ah! Äh, würdet ihr mir mal helfen, ja? Ich kriege euch! Juhu! Das werden wir ja sehen! Ah! Clayton, pass auf! Clayton! Wieso lügst du ständig, wenn du so coole Sachen machen kannst? Weil ich euch beeindrucken wollte, denn ich finde euch echt cool! Nein! Du bist viel cooler! Quatsch! Du bist der coolste von allen! Blödsinn, Clayton! Du bist der coolste, den... Ah! Ah! Der wird immer größer! Ganz ruhig! Ich weiß, was zu tun ist! Clayton, schneller! Lila! Dr. Ich! Genau! Ich wusste, dass er da nicht durch... Ich hau euch grün und lila!